Nach Erdrutschen und Überschwemmungen haben in der Schweiz die Aufräumarbeiten begonnen. Der beliebte Ferienort Zermatt ist inzwischen wieder per Bahn und Straße erreichbar. Luftbilder zeigen die Zerstörung im besonders betroffenen Misockstal. Von den drei vermissten Personen wurde eine totgeborgen. Die A13 wurde teilweise unterspült. Die wichtige Fernverkehrsroute nach Italien soll so schnell wie möglich repariert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017